Liebe Anwesende, unser Thema ist spirituelle Gemeinschaftsbildung, ein sozialer Schulungsweg und das im Hinblick auf 100 Jahre Weihnachtstagungsgeschehen am Goetheanum. Das sind also alles sehr gewichtige Worte, aber wenn wir darüber nachdenken, merken wir, spirituelle Gemeinschaftsbildung hat eine entscheidende Voraussetzung. Nämlich, dass man mit sich selber gemeinschaftlich wird, dass man sich selber aushält, dass man mit sich selber gut klarkommt. Wie will man mit dem Rest der Welt gut klarkommen, wenn man mit sich selber nicht gut klarkommt? In der Regel projizieren wir unser eigenes Unbehagen an uns und vielem anderen in unsere Mitwelt. Wir nennen das Projektion oder Übertragung in der Psychologie. Also mit sich selber gut klarkommen und die Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz und der eigenen Entwicklung wirklich ernst nehmen, das ist die eine ganz große Herausforderung der Gegenwart. Und ich hatte das Glück, dank der Deutschen Bahn und den vielen Verspätungen hat man dann manchmal Zeit, so noch ein, anderthalb Stunden in den Buchladen zu gehen. Und da habe ich mir den Bestseller, den aktuellen von Ferdinand von Schirach geholt, mit dem schönen Titel Nachmittage. Und darin sind lauter Miniaturen, ich glaube 26 an der Zahl, versammelt, wo er besondere Begegnungen, Schicksalsmomente, dramatische Momente ganz wunderbar dicht schildert. Man wird ganz reingezogen in das Miterleben. Und in der zweiten Miniatur, da sagt er etwas ganz Kostbares über dieses persönliche Moment. Es sind nicht die lauten Sätze, die man auf Golfplätzen und in Flughafenlounges hört. Es sind leise Erzählungen von verregneten Nachmittagen, von schwarzen Nächten. Aber diese Geschichten beschützen uns vor der Einsamkeit, den Verletzungen und der Kälte. Und am Ende sind sie das Einzige, was uns wirklich gehört. Mich hat das sehr berührt, denn wenn man das merkt, mein Schicksal und alles das, was mir passiert, ist das Einzige, was mir wirklich ganz und gar selbst gehört, was mir niemand nehmen kann. Und so wie ich das verarbeite, so wie ich das für mich als mein Erleben sinnhaft werden lasse, so wie ich das als die Schule meines Lebens anerkenne, kennenlerne, dankbar dafür bin, umso mehr werde ich mit meinem Schicksal eins, umso mehr wird mein Schicksal ich und werde ich zum aktiven Mitgestalter meines Schicksals. Also diese Formulierung und am Ende sind unsere Lebenserfahrungen, unsere Schicksalsschläge und Freuden das Einzige, was uns gehört. Das hat mich deswegen auch so berührt, weil ich ja Kinderärztin bin und eine ganze Sammlung habe von eineigen Zwillingen und mich immer unglaublich interessiert hat, schulmedizinisch und anthroposophisch, was formt den menschlichen Charakter, was macht unsere Persönlichkeit aus? Und da lernt man natürlich im Studium, ganz klar naturwissenschaftlich orientiert, Schicksal ist Zufall, das gibt es sozusagen nicht, beziehungsweise es gibt eine Wissenschaft vom Zufall, man kann darüber nachdenken, gibt es planbare Zufälle, gibt es unplanbare Zufälle, gibt es statistisch signifikante Zufälle, Wahrscheinlichkeiten, ja, da kann man dran arbeiten, dran forschen, Aber so etwas wie Schicksal als eine Realität, die zu mir gehört, nicht als Zufall, sondern als meins, als das Einzige, was mir wirklich gehört, das ist was anderes. Und man kann das eben an eineigen Zwillingen besonders gut studieren, denn die haben 100% dasselbe Erbgut und wachsen im selben Milieu auf und entwickeln sich ganz verschieden, heiraten verschiedene Leute, ergreifen in der Regel unterschiedliche Berufe und die, die in meiner Sammlung sind, die sind wirklich von diesem Typ, einer ist traditioneller Geschäftsübernehmer in Japan, traditionell gekleidet, ganz in der familiären Tradition. Ja, und der Zwillingsbruder ist anthroposophischer Arzt in Deutschland geworden. Ein Zwilling ist in USA Arzt und mit einer Amerikanerin verheiratet, ein anderer Zwilling lebt in Portugal und ist Architekt geworden, der eineige Zwillingsbruder und mit einer Portugiesin verheiratet. Also die Erfahrungsfelder, die Erlebnisse, dieses ganz Besondere, das ist eben so wunderbar verschieden. Jedenfalls das eine, worauf es ankommt, gewissermaßen eine Art Vorbedingung für die Befähigung zu spiritueller Gemeinschaftsbildung, dass man sich selbst nicht als Zufallswesen, sondern als spirituelles Wesen erkennt. Und dann kann man sich auch geistig, real mit anderen vereinigen. Sonst wären das ja sozusagen Zufallsgemeinschaften. Und dann ist die Frage, ob man das möchte. Also es ist einfach dann was ganz anderes. Und deswegen schrieb Rudolf Steiner ein Entwicklungsbuch für das Individuum, wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten. Ein wunderbares Buch zur Selbsterkenntnis, zur Selbstschulung, wo man eben zwei Dinge lernt. Einmal sich selber gut kennen und weiterentwickeln. Es sind schöne Übungen drin und Bedingungen für gesunde Lebensführung. Ja, und zum anderen lernt man mit der Welt Frieden machen. Steiner nannte es, dieses Buch entstand ja vor dem Ersten Weltkrieg, ein Antikriegsbuch. Er hoffte, dass wenn ganz viele Menschen sich auf diesen Entwicklungsweg begeben, dass dann ja vielleicht dem Krieg vorgebeugt werden kann. Was ist Krieg? Was ist Polarisierung der Gesellschaft? Wie schafft man Feindbilder? Es gibt ein wunderbares Buch von dem belgischen Psychiater und Psychologen und Psychotherapeuten Matthias Desmet. Die Psychologie des Totalitarismus. Ja, da geht er dem ganz genau nach und seine Diagnose ist, er ist katholisch. Als ich das erste Kapitel las, dachte ich, na, vielleicht kennt er die Anthroposophie. Nein, braucht man überhaupt nicht kennen. Man braucht einfach nur eine spirituelle Orientierung, wie sie ja der Katholizismus wunderbar auch bietet. Jedenfalls, er beschreibt darin, wenn ein Mensch keine spirituelle Orientierung hat, dann hat er Angst, ganz einfach. Dann erlebt er tief unbewusst Sinnlosigkeit seines Daseins. Im Bewusstsein lebt Karriere und Gewinnmaximierung und materielle Güter und Kampf ums Dasein natürlich und Freunde und Sex und Hunger und Durst und gutes Essen. Ja, das Leben ist ja voll und die digitalisierte Welt sowieso an Angeboten, dass man überhaupt nicht nachdenken muss über etwas Spirituelles. Es zwingt einen nichts, aber tief unbewusst, da wo man das eben verdrängt, dass man ein vorgeburtliches und ein nachtodliches, rein spirituelles Wesen hat und ist, darum moort das und äußert sich als Frage, als Zweifel, als Unsicherheit, als Furcht, Ängstlichkeit. Und das macht man, wenn man Angst hat, dann sucht man den Schuldigen für die Angst, aber natürlich nicht im eigenen unbewussten Innern, sondern draußen, in den Feinden meiner Existenz, meiner Ansichten, meiner Sichtweisen. Und schon ist die Psychologie der Gegnerschaft, der Feindbilder geboren. Ich werde jetzt nicht weiter Herrn Desmet zitieren, aber ich will nur sagen, es ist so gut verständlich, wer den Feind in sich nicht erkennt, wer nicht lernt, mit sich selber Frieden zu machen, der wird immer sein Kampfpotenzial, was er bei sich selber nicht anwendet, in der Selbstschulung, in der Selbstüberwindung, er wird es projizieren und es äußerlich eben ausagieren. Und das erleben wir ja nicht nur im Ersten, Zweiten, sondern auch in den aktuellen Kriegen und zunehmenden Polarisierungen in unserer Gesellschaft. Und insofern hoffe ich auch, dass unser Vortrag, den wir jetzt hier heute Abend gemeinsam denken, vielleicht auch ein bisschen weiter reflektieren, auch ein kleiner Beitrag ist, zur Friedenskultur, denn spirituelle Gemeinschaften, wenn sie wirklich diesen Namen verdienen, sind Friedensgesellschaften. Ja, für das Soziale wird man dadurch reif, dass man das Individuelle einigermaßen beherrscht. dann hat man Ressourcen frei, um sich um die Mitwelt zu kümmern, wirklich mit echter Empathie. Und Rudolf Steiner wurde ja ab 1901, 1902 nicht nur spiritueller Lehrer, sondern auch ab 1902 Leiter von der Theosophischen Gesellschaft und ihrer esoterischen Schule, das heißt von Gemeinschaften, spirituellen Gemeinschaften. Dann wollte es das Schicksal, dass in dieser Theosophischen Gesellschaft Polarisierungen auftraten und er hat dann daraus die Konsequenz gezogen, die Mitglieder zu fragen, ganz freilassend selbstverständlich. Es ist gesünder, wir machen jetzt zwei Gesellschaften, die Theosophische Gesellschaft geht ohne Streit etwas verkleinert weiter und wir gründen eine anthroposophische Gesellschaft und grenzen uns jetzt wirklich auch namentlich ganz von der Theosophischen Gesellschaft und ihrer Tradition ab. Streitpunkt war, dass die Theosophen damals dachten, in dem wunderbaren Volksphilosophen und Humanisten Krishnamurti, ich habe seine Schriften zum großen Teil gelesen, wunderbare Ausführungen über das Leben, da sei der Christus wieder reinkarniert und Rudolf Steiner war durch seine eigene Christusbegegnung total überzeugt, dass dieses Christusereignis auf Golgatha Jordan Taufe ein einmaliges Ereignis ist zur Erlösung, zur Verwandlung, zur Fortentwicklung der Menschheit und dass sich das nicht wiederholt. Also das war sozusagen der Streitpunkt. Aber man muss Menschen auch ihre Sichtweisen lassen und dann sagen, dann entwickelt ihr euch so weiter und wir entwickeln uns so weiter. Steiner hat auch mal auf die Frage, ob es einen Grund gäbe für Ehescheidungen ganz klar gesagt, ja, wenn man beginnt, sich gegenseitig in der Entwicklung zu behindern. Und das gilt auch für soziale Gemeinschaften. Deswegen rede ich nie von Spaltung, wenn ein anthroposophischer Zweig plötzlich sich polarisiert, die einen wollen so arbeiten, die anderen so, dann sage ich immer, Mensch, seid doch froh, dann haben wir schon zwei Zweige, die einen arbeiten so, die anderen arbeiten so, das vergrößert die Vielfalt unserer Gemeinschaft. Wunderbar. Das muss nicht zum Krieg führen, sondern zur Fokussierung und dazu, dass man andere Beiträge liefert für das Kulturleben. Jedenfalls so hat es Rudolf Steiner gehalten und dann hat er 1912, das zog sich dann hin, in Köln die Anthroposophische Gesellschaft gegründet und die hat dann ein Schicksal hinter sich gebracht mit viel guter anthroposophischer Arbeit, aber ohne den Impuls echter spiritueller, die Zweige und Gruppen übergreifender Gemeinschaftsbildung. Und Rudolf Steiner schwebte eben doch noch etwas ganz anderes vor, was im gegenwärtigen Kulturleben und vor allem im Hinblick auf die Zukunft Gemeinschaften leisten können. Und so fallen also harte Worte sowohl von Rudolf Steiners Frau Marie Steiner über die Anthroposophische Gesellschaft. Ich lese euch da von Marie Steiner etwas vor. Anthroposophie ist ein Erziehungsweg. Die anthroposophische Gesellschaft ist gewiss keine Musteranstalt für das Darleben anthroposophischer Ideale. Man könnte sogar sagen, dass sie nach mancher Richtung hin ein Siechenheim ist, wie es ja selbstverständlich ist in einer Zeit menschheitlicher Erkrankung. Es strömen zu ihr hin die Hilfsbedürftigen, die Gebrochenen an der Not der Zeit. Darf es aber nur Siechenheime für physisch Erkrankte geben? Ist es nicht eine Pflicht, Stätten zu haben, in denen sich die Menschen geistig wieder aufrichten können? Und das ist in weitestgehendem Maße in der anthroposophischen Gesellschaft geschehen. Also jetzt wendet sie das ins Positive. Ja, man kann gestört, krank, wie auch immer, unzufrieden, sinnentleert, vielleicht auch nach der Anthroposophie wie einen Rettungsanker greifen. Ja, aber das ist doch gut so. Warum denn nicht? Aber das ist natürlich nicht eine Gruppe von Menschen, mit denen man jetzt schon irgendwas unternehmen kann, sondern eher eine Gruppe von Menschen, denen man sozusagen Hilfe, Beistand, Begleitung anbietet. Und dann sagt sie, die Briefe und dankerfüllten Worte gab es im Übermaß, in denen Menschen bezeugten, dass sie erst durch Anthroposophie und ihren Verkünder, also Rudolf Steiner, das Leben wieder lebenswert gefunden haben. Um die Anthroposophie zu finden, muss es eben eine anthroposophische Gesellschaft geben, in der man anthroposophisch arbeitet. Das war sozusagen eine Kurzbeschreibung der anthroposophischen Gesellschaftskultur und dann kam eben der Brand der Ersten Goethe Ahnung und davor der Weltkrieg. Er begann ja 1914 im dritten Lebensjahr dieser anthroposophischen Gesellschaft und Steiner sagte, nach diesem Ersten Weltkrieg, aus diesem Krieg, ist die anthroposophische Gesellschaft wie zersplittert hervorgegangen. und Not und Elend waren natürlich immens, die Armut war groß, der Nationalsozialismus, der dann später die Anthroposophie verboten hat, war im Kommen. Steiner sagte 1923, wenn diese Herren an die Macht kommen, kann ich deutschen Boden nicht mehr betreten. Es gab ja auch zwei Attentate auf sein Leben und dann reiste er nur noch inkognito in Deutschland, hielt keinerlei öffentliche Vorträge mehr. Alles verlagerte sich nach Dornach und dann brennt in der Silvesternacht aus bis heute nie geklärter Ursache, man kann nur mutmaßen, dieses wunderbare Bauwerk, an dem zehn Jahre gearbeitet wurde, überwiegend aus Holz geschnitzt, künstlerisch bearbeitet, durch die ganzen Kriegsjahre hindurch haben da 17 Nationen Friedensarbeit an diesem Goetheanum Bau und draußen hat man sich bekämpft und das brennt ab, symbolträchtig in der Silvesternacht von 22 auf 23 und Rudolf Steiner war völlig klar, das konnte nur geschehen oder ist sozusagen jetzt auch sichtbarer Ausdruck für den gesamten Zustand jetzt dieser Gesellschaft. Es ist eigentlich jetzt die Frage, wenn physisch so die Grundlagen durch Krieg und Brand genommen werden, gibt es da einen Neugriff, lohnt es nochmal ganz neu anzusetzen und es waren für ihn drei Fragestellungen, mit denen er umging, auch selber, was mache ich jetzt, was ist mein weiteres Verhältnis zu dieser Gesellschaft, aber eben auch zu mir als Lehrer der Anthroposophie und das eine war, gelingt es den Ländern, Deutschland, Holland, Frankreich, England und den Ländern, in denen es eben anthroposophische Zweige und Gruppen gab, gelingt es diesen Ländern Landesgesellschaften zu gründen, die sozusagen die zersplitterten Gruppen wenigstens auf Landesebene zusammenführen und Bedingungen schaffen für Zusammenarbeit, dass man sich gegenseitig von der Arbeit erzählt, dass man sich gegenseitig unterstützt und dass man der Anthroposophie im Lande eine Adresse und eine Telefonnummer gibt, dass man sie finden kann. Die zweite Frage war, ist der Wille da auch finanziell in dieser schwierigen Nachkriegszeit das Goetheanum wieder aufzubauen. Neu, anders, selbstverständlich, aber wieder aufzubauen. Er hatte ja, nachdem das Goetheanum in der Silvesternacht verbrannt war, am 1. Januar 23 mit der Arbeit weitergemacht. Da gab es den Vortrag, da gab es eine Eurythmie Aufführung, es war ihm ganz klar, die Arbeit geht weiter, aber, die anthroposophische Arbeit, aber wie es mit der Gesellschaft ist, das ist jetzt noch eine Frage. Also da war seine zweite Frage, ist der Wille zum Wiederaufbau da? Und das wurde dann eben in Deutschland, aber vor allem in der Schweiz, wo eben die finanziellen Gegebenheiten am besten waren, von der Schweizer Landesgesellschaft positiv beschieden. Auf einer Delegierten Versammlung, wo man eben Steiner zugesichert hat, wir setzen uns dafür ein, dass das Goetheanum wieder aufgebaut wird. Und das dritte war eben jetzt die Frage, die mit unserem Themenschwerpunkt heute Abend nach der spirituellen Gemeinschaftsbildung zusammenhängt, die Frage, was ist das ganz wesentliche spirituelle Momentum, um diese Gesellschaft neu zu gründen, neu zu greifen, auf der Basis jetzt von Landesgesellschaften am Goetheanum sozusagen einen Mittelpunkt zu schaffen, mit dem diese Landesgesellschaften sich verständigen und in Resonanz treten können. Und da verdanken wir es seiner Mitarbeiterin, der Ärztin, der holländischen Ärztin Ita Maria Wegmann, dass sie bei einem Kurs im Sommer 23 in Penman Mauer in England beziehungsweise Wales die entscheidende Frage gestellt hat, von der Rudolf Steiner später dem ersten Generalsekretär der holländischen Landesgesellschaft, Willem Selmans von Emichhofen, sagte, diese Frage war für mich die Parsival-Frage, die es mir möglich gemacht hat, diese Neubegründung der anthroposophischen Gesellschaft auf der Weihnachtstagung dann zum Ende des Jahres 23 vorzunehmen. Was hatte Wegmann gefragt? Rudolf Steiner sprach über Initiationserkenntnis, über die Einweihung in alter Zeit, in moderner Zeit, über die Notwendigkeit, sich geistig so zu entwickeln und zu schulen, dass man auf neue Art wieder das Wissen der Eingeweihten erlangen kann? Wie wird man initiationsreif? Wie versteht man sein Leben, seine Biografie als Initiationsweg, als Weg zur Todesschwelle hin, wo man dann in die geistige Welt eintritt? Bin ich da vorbereitet? Ja, das waren die Fragen, und sie sagt ihm dann, ja, ich wünsche mir eine Medizin, die so war, beziehungsweise die so ist, wie in den alten Mysterien. Eine Mysterienmedizin, eine Tempelmedizin, aber in ganz moderner Form für die heutige Zeit. sie war hervorragend ausgebildete Schulmedizinerin, Fachärztin für Gynäkologie und Allgemeinmedizin, das war ihr Fundament, ganz klar, aber sie war eine der ersten Schülerinnen Rudolf Steiners von 1902 ab, esoterische Schülerin von ihm, auch sehr unterstützt in der persönlichen spirituellen Begleitung ihrer Entwicklung. Sie wusste, wovon sie sprach und er traute ihr das auch zu und er sagte dann zu ihr, dass sie das fragen, ist sehr bedeutungsvoll, aber das ist nicht so einfach, eine Mysterienmedizin zu begründen, es braucht dazu Menschen, die das wollen, die das empfangen wollen, was dazu nötig ist, die das entwickeln wollen, was es dazu braucht. Das kann man nicht so als Einzelner, nein, dazu braucht es eine Gemeinschaft von Ärzten, die das will. Und da war Wegmann klar, ja, jetzt ist es an mir mitzuhelfen, dass jüngere Ärzte, Kolleginnen, Kollegen für diese Frage wach werden und hat ab da das mit sich herumgetragen, wann immer sie mit Kollegen und Kolleginnen eben zu tun hatte. Aber das war bis zu Weihnachten dann doch nicht so oft der Fall, weil sie ja Rudolf Steiner auf fast allen seiner Reisen begleitete, sie sahen gemeinsam Patienten, sie unterstützte ihn, neben Marie Steiner, Günther Wachsmuth, mit anderen, die dann auch später im Vorstand dieser neu begründeten Gesellschaft waren. Aber zwischen Sommer und Weihnachten verging eben auch noch mal viel auf und ab. Rudolf Steiner hat erst Mitte Dezember die Statuten für die neue Gesellschaft geschrieben. Da war er sozusagen definitiv entschieden, das zu machen. und es gibt noch ein dokumentiertes Gespräch im November, wo er noch mal mit diesem ihm sehr befreundeten holländischen Generalsekretär Seymans von Emmichhofen noch mal spricht, Wegmann war auch dabei, muss ich tatsächlich mit dieser Gesellschaft in dieser schwierigen Situation weitermachen oder wäre es für die Sache der Anthroposophie nicht besser mit wenigen Menschen, die sie wirklich verstehen, weiterzumachen, sozusagen exklusiv zu werden. Und dann sagt Wegmann in diesem Gespräch, aber Herr Doktor, Sie können doch die Gesellschaft nicht allein lassen. Sie haben mir doch im Sommer in England gesagt. Und dann wiederum Rudolf Steiner zu ihr ja, wenn sie wirklich mithelfen, dann. Also auch da sieht man, Rudolf Steiner als hoch kompetentes Individuum kann doch nicht zum Sozialgestalter werden, wenn keine Menschen da sind, die das wirklich wollen, die mithelfen. Er hat darunter gelitten, dass die Leute gerne seine Vorträge hörten und dann gingen sie weg. Aber kaum einer hat doch mal gefragt, Herr Doktor, können Sie eigentlich Hilfe brauchen? Können wir was tun? Er hat ja schon 1907 Vorträge über Pädagogik gehalten. Und es war ihm so wichtig, er war ja selber Pädagoge, es war ihm so wichtig, dass er, was er sonst nie oder ganz selten gemacht hat, ich kenne nur wenige Beispiele, hat er selber die Initiative ergriffen, seine Vorträge zu transkribieren und zu publizieren. Wir unter der Überschrift die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft. Tja, da saßen viele Eltern, viele Pädagoginnen und Pädagogen, viele pädagogisch Interessierte selbstverständlich in diesen Vorträgen lasen auch die kleine Schrift. Keiner hat gefragt, Herr Doktor, können wir das nicht machen? Wie kriegen wir das auf den Boden? muss man sich mal vorstellen. Da muss der Krieg noch kommen und dann müssen zwei Wunder passieren. Hier in Stuttgart, Zigarettenfabrik von Emil Mold, Waldorf Astoria und als Anthroposoph wollte dieser Firmenchef Emil Mold sehr gerne für seine Mitarbeiter auch kulturell was tun und sie durften in der Arbeitszeit einmal in der Woche sozusagen in einer Werkstunde schöne Vorträge hören über Fragen, die sie selber haben. Und Herbert Hahn war sozusagen derjenige, der diese Vorträge hielt. Und nach einer Weile sagen dann diese Fabrikarbeiter zu Herbert Hahn, wissen Sie, wir sind eigentlich schon alt, einige waren auch noch Analphabeten, unsere Kinder sollten das hören, was sie hier uns so schön erzählen. Und das erste Wunder ist, dass dieser Herbert Hahn das nicht verdrängt, naja, was so diese Fabrikarbeiter mir da mal so im Smalltalk sagen, nein, er sagt es dem Chef, er sagt Emil Mold, stellen Sie sich vor, die wollen, dass ich was für ihre Kinder mache. Und dann passiert das zweite Wunder, dass Emil Mold das nicht verdrängt, sondern zu Steiner geht und sagt, wissen Sie, da wurden Hahn und ich jetzt gefragt, was für die Kinder der Fabrikarbeiter zu machen. Ich habe das Geld, Sie wissen wie, können wir das nicht machen. Ist doch unglaublich. Jetzt ist die Situation reif und es kommt auf den Boden. Geld hat leider nicht für den Kindergarten gereicht. Der kam dann erst später. Steiner hat es sehr bedauert, aber die Schule, die ersten sieben Klassen konnten bereits im September 19 eröffnet werden. Und er hat auch mithilfe guter Beziehungen und so weiter es geschafft, mit den Behörden rasch sich einig zu werden. Gesetz muss ein bisschen geändert werden, dass die freien Schulen so eine freie Waldorf Schule eben legal entstehen kann. Es braucht Menschen, damit der Geist wirksam werden kann. Es braucht nicht nur Ideen, nein, bis ins wirtschaftliche herein, Arbeitsbereitschaft, ein gemeinsames Wollen. Wollen wir das, dann machen wir es. Und so ist es eben dann auch, man kann es sich, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass Rudolf Steiner zwischen diesem Entschluss im Sommer die Erneuerung der Mysterien, das ist ein dritter wichtiger Impuls, das legitimiert diesen Neugriff auch geistig. Die physische Grundlage ist da Goetheanum, die sozial mitmenschliche Grundlage ist da die Landesgesellschaften, die spirituelle Einsicht ist da, es braucht eine neue Mysterienkultur, eine Erziehung, die sich aus dem realen Geistesleben, nicht nur dem vorgestellten traditionellen realisiert, eine Medizin, die eine Initiatenmedizin ist, die sich auch direkt aus der eigenen Geistsuche inspiriert, wo die Tätigen, später kamen ja dann noch Landwirtschaft und viel anderes dazu, wo sich die Tätigen selber auf den Entwicklungsweg machen und soweit sie es schon begreifen, die Forschungsergebnisse Rudolf Steiners in der Medizin, in der Landwirtschaft, in der Pädagogik ernst nehmen und umsetzen. Also das, was man noch sich nicht selber erarbeitet, kann man, weil es Steiner schon erarbeitet hat, sich verständlich machen. Man kann es in der Praxis ausprobieren und wenn man merkt, das ist gut, dann kann man es machen. Und so war für Steiner plötzlich immer greifbarer, die Waldorfschule gab es schon, jetzt stellt Wegmann die Frage für die Medizin, jetzt war für ihn dieses dritte entscheidende Moment einer neuen Mysterienkultur in moderner Form, das war jetzt die entscheidende letzte Evidenz Grundlage für ihn, eben dann doch diesen Schritt zu machen. Und die Schweizer Landesgesellschaft lud dann ein, die machte das Programm, die bereitete alles vor, die bekam die Statuten, die wurden dann gedruckt für alle sieben bis achthundert Teilnehmer, die da aus aller Welt anreisten, dass sie das dann schon haben und durchlesen können, schon vor der Tagung, schon bei Anreise, war das sozusagen unter den Dokumenten, die man bekam. Haben alles die Schweizer da gemacht, gemacht, am Öteanum gab es hier nur die Schreinerei und die den Brand überlebt hatte, eine Holzbaracke, die Infrastruktur war ja weg, da haben die Schweizer sehr viel geholfen und haben eben auch das Programm gedruckt, internationale anthroposophische Gesellschaft. und dann beginnt Rudolf Steiner die Tagung mit den Worten am 24. Dezember um 10 Uhr mit dem Wort Ich. Man merkt, er ist ganz präsent und verbindlich da. Ich kenne ganz wenig Vorträge, die mit Ich anfängen von Steiner. Gibt es eigentlich so gut wie kaum. Ich darf Ihnen ankündigen, dass unsere Weihnachtstagung zur Begründung der allgemeinen anthroposophischen Gesellschaft hiermit eröffnet ist. Und dann führt er aus, im Späteren, dass er das Wort international auf keinen Fall weiter hören will, geschweige denn irgendwo gedruckt sehen. Es ginge um eine allgemeine anthroposophische Gesellschaft. Am nächsten Tag, beziehungsweise nach einer Stunde, da war eine kleine Pause dazwischen, kommt die Fortsetzung, 11 Uhr 15 meine lieben Freunde, wir beginnen unsere Weihnachtstagung zur Begründung der anthroposophischen Gesellschaft in einer neuen Form im Anblick eines scharfen Kontrastes. Wir haben sie einladen müssen, meine lieben Freunde, zum Besuch eines Trümmerhaufens, nämlich dem verbrannten Goetianum. Für die Sachkundigen unter euch, es gibt die sogenannte Namensfrage, in welcher Gesellschaft sind wir der allgemeinen oder der anthroposophischen Gesellschaft. Ja, es gibt eben beide, aber sie sind total verbunden. Die allgemeine Gesellschaft ist der internationale Zusammenschluss am Goetianum. Und das Wort allgemeine Gesellschaft webt sich etwa neunmal durch diesen ganzen Weihnachtszyklus hindurch, wohingegen er das Wort anthroposophische Gesellschaft, was auch schon auf den Mitgliedskarten steht, die vor der Weihnachtstagen gedruckt wurden, ja, da steht anthroposophische Gesellschaft, diesen Ausdruck benutzt er öfter. Warum? Weil es eben darum geht, die Weihnachtstagung zur Begründung der anthroposophischen Gesellschaft in einer neuen Form zu realisieren. Er nennt später diese Gesellschaft, die anthroposophische Gesellschaft im engeren Sinn und die allgemeine ist die anthroposophische Gesellschaft im weiteren Sinn, da gehört noch mehr dazu. Und in den Statuten macht er ein kleines Sternchen, und schreibt die anthroposophische Gesellschaft, knüpft an die von 1912 an und setzt sie sozusagen in neuer Form fort. Ich gehe jetzt nicht weiter ein auf das Konstitutionsproblem, aber ich möchte gerne allen Interessierten dieses Büchlein empfehlen. In dem habe ich nämlich alle kritischen Fragen, die mir begegnet sind und auf die ich versuchte konstruktiv zu antworten, versammelt. Es ist deswegen auch im Dialogstil gehalten. Manche sagen, es lese sich sogar spannend, sie hätten es an einem Abend durchgelesen, es hat mich total gefreut. Jedenfalls, das gibt es auch auf Englisch, inzwischen auch auf Italienisch, ich freue mich total über das Interesse und wer da etwas vermisst oder meint, seine Frage sei da nicht genügend berührt, freue ich mich auch über Post. Weil mir scheint es wichtig, dass in den nächsten 100 Jahren diese allgemeine anthroposophische Gesellschaft besser verstanden wird und wirklich uns darin unterstützt, eine spirituelle, weltweite Arbeitsgemeinschaft zu werden. Als Rudolf Steiner gefragt wurde, noch bevor die Weihnachtstagung anfing, Herr Doktor, was erwarten Sie sich denn von dieser Tagung? Da war seine Antwort ganz schlicht, dass sich die Gesellschaft eine Aufgabe stellt, dass sie was tut und das Motiv geht durch die ganze Weihnachtstagung durch und das steht auch im ersten Statutenparagrafen die anthroposophische Gesellschaft soll eine Vereinigung von Menschen sein, die das seelische Leben im einzelnen Menschen und in der menschlichen Gesellschaft, also von vornherein der Einzelne und die menschliche Gesellschaft auf der Grundlage einer wahren Erkenntnis der geistigen Welt pflegen wollen. Und wenn man dann liest im Mitgliederparagraf Wer darf da Mitglied werden? Dann liest man etwas ganz Spannendes. Die anthroposophische Gesellschaft ist keine Geheimgesellschaft, sondern eine durchaus öffentliche. Ihr Mitglied kann jeder Mann ohne Unterschied der Nation, des Standes, der Religion, der wissenschaftlichen oder künstlerischen Überzeugung werden. Stellt euch mal vor, Pluraler, Diverser geht es doch gar nicht. Ich kann Materialist sein, ich kann katholisch sein, ich kann Buddhist sein, völlig egal. Wenn ich Interesse habe, für meinen spirituellen Entwicklungsweg bereichert das meinen Materialismus, meine sonstige spirituelle religiöse Orientierung. Deswegen gibt es ja auch Anthroposophen in Shinto-Tempeln, in buddhistischen Ländern, ja, und natürlich auch unter denen, die sich für nichts Konkretes entscheiden, weil es einfach um den Menschen geht und seine Selbsterkenntnis, da kann jeder profitieren. Anthroposophie ist keine Religion, selbstverständlich nicht, auch nicht irgendeine Philosophie, sie ist ein Weg zur Selbsterkenntnis, ein Weg, mich selbst als Mensch zu verstehen, leiblich, seelisch, geistig. Und davon kann jeder profitieren, aber das bedeutet, diverser kann man sich keine Gesellschaft vorstellen. Wie oft habe ich in anthroposophischen Zusammenhängen gehört, es ist doch keine anthroposophische Kunst und das darf man doch nicht machen. Ja, dann denke ich immer, warum kennen die die Statuten nicht? Natürlich darf man das machen, man darf alles machen. Das heißt, sogar jedes Mitglied hat das Recht, für seinen eigenen Zweig, den es gegründet hat, oder seine eigene Fachgruppe, eigene Statuten zu machen. Die einzige Bedingung ist, dass sie nicht direkt dem widersprechen, was die Weihnachtsstatuten sind. Dann macht es natürlich keinen Sinn. Und wenn man keinen Mitgliedsbeitrag zahlen will, macht es auch keinen Sinn. Denn das Goetheanum braucht Unterstützung, also dann soll man sein Eigending machen, also ein kleiner Mitgliedsbeitrag und eine eigene Initiative, egal welcher Couleur, dann ist man ein voll aktives Mitglied dieser Gesellschaft. Da sind wir, liebe Freunde und Freundinnen, noch ganz weit davon entfernt, dass das unser Lebensgefühl in der antroposischen Gesellschaft ist. Auch jetzt, wo es in manchen kleinen Gruppen um das Konstitutionsproblem geht und jeder seinen Fanclub gründet und Newsletter in alle Welt verschickt. Es geht um Polarisierung, es geht um Vorwürfe, es geht um Unterstellungen, es geht um Besserwisserei, es geht nicht um Respekt vor dem Willen der anderen. Ich mache mein Ding, du dachst, dein Ding, aber wenn wir uns füreinander interessieren, können wir uns doch ganz toll unterhalten und voneinander am seelisch geistigen des wirklich Anderen, der ist Gott sei Dank nicht so wie ich, weil sonst bestätige ich doch nur mich selbst. Ich muss sagen, in unserer Gesellschaft kann man am allerbesten und ich kenne inzwischen alles Mögliche auf der Welt, am allerbesten soziale Kompetenz lernen, weil wir so kompliziert und verschieden sind, im Guten wie im Schlechten. Man kann so viel lernen, wenn man sich für die Probleme, die da sind, so interessiert, dass man sie lösen will und nicht, dass man sie vertiefen will. Aber auch das Vertiefen ist erlaubt, denn ihr wisst ja alle, das gibt es. Manche Menschen leben davon, dass sie die bestehenden Probleme vertiefen. Ja, muss man aushalten. Man muss es verstehen und dann kann man es auch aushalten. Das hängt halt mit geschrieben ist. Aber ihr merkt, mich begeistern diese Statuten, denn sie beschreiben ein Gesellschaftsmodell, wo jeder machen darf, was er will, in der Erkenntnis ganz individuell, aber im Wollen baut man an einem gemeinsamen, nämlich an einer menschlicheren Kultur, die man realisieren will. Und deswegen unterstützt man die Hochschule, wo diese kulturkreativen Potenziale entwickelt werden, in Pädagogik, Medizin, Landwirtschaft, wo man ständig daran arbeitet, durch einen kleinen Beitrag. Steiner formuliert es so bescheiden in den Statuten, man sieht in einer Einrichtung, wie es das Goetheanum ist, etwas Berechtigtes. Man muss es nicht mal gut finden. Man spricht ihm nur die Existenzberechtigung nicht ab. Und dann kann man doch mit gutem Gewissen, selbst wenn man nicht alles gut findet, was Goetheanum passiert, einen kleinen Mitgliedsbeitrag zahlen. Also freier und souveräner kann man mit seinen Mitmenschen nicht umgehen. Aber es birgt natürlich diese Art von anthroposophischer Gesellschaft die Riesengefahr, dass man wieder ein Konglomerat zusammenhangloser Gruppen wird, wo eine Gruppe es besser weiß als die andere. Wie wird man aus aus Chaos, jetzt Oton Rudolf Steiner während der Weihnachtstagen, wie wird man aus einem Chaos zusammenhangloser Gruppen zu einer Gesellschaft mit einem geistigen Inhalt. Und da setzt er am Individuum an und am gemeinsamen Wollen, also an meiner Ausgangsfrage komme ich mit mir klar und habe ich Lust, was zur Verbesserung der Weltumstände zu tun. Will ich Friedensstifter werden, Helfer werden oder Kriegsverstärker, Brandbeschleuniger? Ja, die Entscheidung hat ja heute jeder Mensch in jedem Augenblick fast. Beginnt schon beim Zeitunglesen morgens, dass man da lernt, seine Emotionen zu steuern und nicht zumindest für mich immer wieder eine Übung. Und mir hat sehr gefallen, dass Lessing, dieser wunderbare deutsche Dichter der Aufklärung, der den Nathan den Weisen geschrieben hat, er nannte das morgendliche Zeitunglesen mein realistisches Morgengebet. Ja, und Goethe sprach ja davon, dass man etwas Problematisches zurechtdenken muss oder kann. Denkt er, der Mensch, sich selbst, und ich ergänze jetzt seine Mitwelt, immer wieder ins Rechte, dann wird es schön und gut. Mein Lieblingsmärchen als Kind war Stroh zu Gold spinnen. Das Lebensstroh zu Gold spinnen. Was Gutes draus machen, so schlimm es auch ist. Und als Steiner gefragt wurde, warum ist das Böse und Abartige in der Welt, hat er immer wieder gesagt und auch in Vorträgen darüber gesprochen, nicht damit man es tut, sondern damit es einen wach macht für das Gute. Am Bösen lerne ich erst das Gute richtig kennen, dann wird es mein eigenes, dann will ich das und dann lerne ich auch meine eigenen bösen Tendenzen und Neigungen zu überwinden, weil ich merke, was das letztlich wirkt. Ja, also Individuum und Gemeinschaft, es geht um das gemeinsame Wollen, das bildet Gemeinschaft, nicht, dass man sich auf eine gemeinsame Erkenntnis einschwört, das eben gerade nicht, da wird keine Erkenntnisgesellschaft gegründet, eine Meinungsgesellschaft gegründet, überhaupt nicht. Jeder darf denken, selbstverständlich, was er will, aber es wird eine Willensgemeinschaft gegründet. Wollen wir was Gemeinsames? Und das Erste, was eben Rudolf Steiner macht, dass er eine gemeinsame Meditation gibt, wo er dann zu den Mitgliedern sagt, das ist die sogenannte Grundsteinmeditation, ein geistiger Grundstein für diese Neugründung, wo jeder sich selbst entscheiden kann, will ich das meditieren? Will ich das in meinem Herzen, in meine meditative Zwiesprache mit einer höheren Welt, will ich das da verankern? und diese Meditation hört dann eben auf mit dem Wort Wollen. Die ersten drei Teile, da spricht sich die Menschenseele selber an, das sind drei wunderbare Meditationen zur Selbsterkenntnis, im Denken, Fühlen und Wollen und wie unser Gedankenleben, unser Gefühlsleben, unser Willensleben mit der geistigen Welt zusammenhängt, mit der Engelwelt, mit der göttlichen Welt. Das ist sozusagen das Erste, will ich mich da verbinden mit dieser höheren Welt in der eigenen Selbsterkenntnis. Und dann kommt ein vierter Teil, der auch dann deutlich macht, aus welchem Geist diese Erneuerung des Mysterienwesens dem sich dann die Hochschule widmet, auf die ich gleich noch komme, welchem Geist sozusagen diese Hochschule und diese Gemeinschaft gewidmet ist. Und das ist eben sehr weihnachtlich. Die christliche Weihnachtsbotschaft lautet ja die geistige Offenbarung aus den Höhen und Friede den Erdenmenschen, die eines guten Willens sind. Und das wird hier aufgegriffen. Und weil es um eine Neubegründung alter Mysterien geht, die vorchristlichen Mysterien werden jetzt nachchristlich, nach einer Latenzzeit, die uns den Materialismus gebracht hat und die Gottes- und Geistferne wird jetzt neu ein Licht, ein Mysterienlicht entzündet. Und das bezeichnet Rudolf Steiner hier als Zeitenwende. Also die Zeitenwende historisch ist das Erscheinen des Christus auf der Erde und die Zeitenwende auf der Weihnachtstagung ist der Entschluss eines führenden Eingeweihten Rudolf Steiner unterstützt und impulsiert durch seine Mitarbeiter, durch normale Menschen wie du und ich, die das begreifen, die das suchen, die das wollen, dass jetzt aus diesem christlichen Geist, den man sucht und aus dessen Kraft man wirken und arbeiten möchte, eine neue Mysterienkultur entsteht. Und dieses Gemeinschaftsbildende vom Ich und Du zum Wir, das wird dann in diesem letzten Teil ganz wunderbar zum Ausdruck gebracht. In der Zeitenwende trat das Weltengeistes Licht in den irdischen Wesensstrom. Nachtdunkel hatte ausgewaltet, taghelles Licht erstrahlte in Menschenseelen, Licht, das erwärmet die armen Hirtenherzen, Licht, das erleuchtet die weisen Königshäupter. Göttliches Licht, Christus Sonne, erwärme unsere Herzen, erleuchte unsere Häupter, das Gut werde, was wir aus Herzen gründen, aus Häuptern zielvoll führen wollen. Und da ist sozusagen die Brücke gegeben, wenn man das meditiert, merkt man, man kommt sozusagen von der eigenen Erkenntnissuche über den Christusimpuls, man sucht den Christus in mir und merkt aber, der Christus gehört ja der ganzen Menschheit, das heißt, man kommt vom eigenen Ich zum Menschheitlichen. Und diese Frage, wie komme ich von eigenen Ich, von meiner eigenen Biografie, meinem Beruf, meinem Leben zu dem Selbstverständnis, dass ich auch Teil der Menschheit bin. Das hat ja in der Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg keiner so prägnant formuliert wie der Ethikphilosoph Hans Jonas in seinem Buch Das Prinzip Verantwortung Da ruft er uns gleich am Anfang seines Buches alle auf, das ist für mich Mysterienkultur, was Jonas da schreibt, ein Beitrag dazu, er ruft uns alle auf, heute sich schon zu überlegen, was kann ich, jeder einzelne Mensch dazu beitragen, dass der ganz große Atomkrieg nicht kommt, dass überhaupt es mit der atomaren Wirtschaft aufhört, dass die Menschen zur Vernunft kommen, was kann ich dazu beitragen, damals als er das schrieb, machte man noch oberirdische Atomversuche und die ersten Atombomben waren ja im Zweiten Weltkrieg am Ende gefallen, haben mit zur Beendigung beigetragen, entsetzlich, seine Mutter starb in Auschwitz, er wusste wovon er sprach und es ist ein Aufruf zur Mitverantwortung am Menschheits Ganzen, unsäglich schön. Ja und was sagt Rudolf Steiner über diese neuen Mysterien? Da lesen wir schon sehr früh in einem Vortrag, einem öffentlichen Vortrag in Nürnberg 1908 über die Apokalypse des Johannes, also noch weit vor dem Ersten Weltkrieg, was die neuen Mysterien sind. Während die vier früheren Kulturepochen, griechische, also gibt es eine wunderbare Einteilung in Kulturepochen in der anthroposophischen Geschichtsbetrachtung, also diese vorchristlichen Kulturepochen, immer wieder die alte traditionelle Weisheit aktualisiert, aber im Grunde fortgesetzt haben, ist es heute anders. Wir können nicht fortsetzen. Wir leben in einer Zeit, das führt aus, wo der Materialismus die Verbindung mit der geistigen Welt abgeschnitten hat und es ist auch gut so, denn nur dadurch sind wir frei, uns wirklich selbst zu entscheiden, welchem Geist will ich mich verbinden, welche Art Mensch will ich werden. Ich fühle mich von niemandem mehr gezwungen, kein Gott kann mir Angst machen, nein, ich entscheide selbst. Es ist großartig, sich die Freiheit bewusst zu machen, die der Materialismus ermöglicht hat. Das brauchte es, aber wir merken auch, wie destruktiv alles wird, wenn es beim Materialismus bleibt. Das heißt, es braucht jetzt wirklich ein neues Licht im Dunkel. Etwas ganz Neues, da kann man nicht an altes traditionelles anknüpfen. Das merken wir ja im Grunde alle. Und das führt er hier aus. Unsere Zeit muss nicht eine uralte Weisheit gebären, sondern eine neue Weisheit, die nicht nur, schon auch, aber nicht nur, in die Vergangenheit hineinweisen kann, sondern die prophetisch, apokalyptisch wirken muss in die Zukunft hinein. Das christliche Mysterium heißt ja Apokalypsis, das heißt Offenbarung, da geht es nur um die Zukunft, bis hin zum himmlischen Jerusalem, nix Vergangenheit, hoch interessant. Die alten Mysterien waren Mysterien, Mysterion heißt Geheimnis, das neue Mysterium ist Apokalypse, Öffentlichkeit, Offenbarung. Wir sehen eine uralte Weisheit bewahrt in den Mysterien der vergangenen Kulturepochen, eine apokalyptische Weisheit, zu der wir den Samen legen müssen, muss unsere Weisheit sein. Wir brauchen wieder ein Einweihungsprinzip, damit die ursprüngliche Verbindung mit der geistigen Welt wieder neu hergestellt werden kann. Das ist die Aufgabe der anthroposophischen Weltbewegung. Kein Wunder, dass so viele Menschen die Weisheit verloren haben, denn ohne das Einweihungsprinzip, das heißt ohne diese energische innere Selbsterkenntnisentwicklung, ist es heute schwer, Weisheit zu erringen. Schwerer als früher, wo nur die Erinnerung an alter Erlebnisse aufgefrischt werden musste. Je mehr der Mensch individuell wird, desto mehr kann er Liebeträger werden. Wo das Blut die Menschen zusammen kettet, da lieben die Menschen aus dem Grund, weil sie durch das Blut hingeführt werden zu dem, was sie lieben sollen, wird dem Menschen die Individualität zuerteilt, hegt und pflegt er den Gottesfunken in sich. Dann müssen die Impulse der Liebe, die Wellen der Liebe von Mensch zu Mensch gehen, aus freiem Herzen heraus. Und so hat der Mensch mit diesem neuen Impuls das alte Band der Liebe, die an das Blut gebunden ist, bereichert. Die Liebe geht nach und nach über in die geistige Liebe, die von Seele zu Seele fließt und die zuletzt die ganze Menschheit umfassen wird, mit einem gemeinschaftlichen Band allgemeiner Bruderliebe. Während so die frühere Einweihung eine Einweihung in die Vergangenheit uralter Weisheit war, geht die christliche Einweihung dahin, dem Einzuweihenden die Zukunft zu enthüllen. Das ist das Notwendige, dass der Mensch eingeweiht wird für seine Entschuldigung, dass der Mensch nicht nur eingeweiht wird für seine Weisheit, für sein Gemüt, sondern dass er eingeweiht wird für seinen Willen. Denn dadurch weiß er, was er tun soll, dass er sich Ziele setzen kann für die Zukunft. Das ist wie Hans Jonas, jeder Mensch überlegt sich, was kann ich beitragen zur Menschheit, dass es gut kommt für die Zukunft. Der sinnliche Alltagsmensch setzt sich Ziele für den Nachmittag, für den Abend, den Morgen. Der geistige Mensch vermag aus den geistigen Prinzipien heraus ferne Ziele sich zu setzen, die seinen Willen durch Pulsen, seine Kräfte lebendig machen, so der Menschheit Ziele setzen, das heißt im wahren höchsten Sinn, im Sinn des ursprünglichen christlichen Prinzips, das Christentum esoterisch erfassen. So hat es derjenige verstanden, der das große Prinzip der Einweihung des Willens geschrieben hat, der die Apokalypse geschrieben hat. Man versteht die Apokalypse schlecht, wenn man sie nicht versteht als den Impulsgeber für die Zukunft, für das Handeln, für die Tat. Deswegen stellt uns die Apokalypse ständig in diese Entscheidung rein, in welche Richtung willst du dich entwickeln, welchen Geist willst du dienen, wie willst du dich entscheiden. Sie appelliert an unseren freien Entschluss. Und dadurch geben wir der Erde die Zukunft, die wir wollen. Und da arbeiten alle Menschen unbewusst oder bewusst mit. Und für Rudolf Steiner war eben wesentlich dieses bewusste Mitarbeiten. und jetzt noch zum Abschluss ein Wort über was ist eigentlich so eine allgemeine anthroposophische Gesellschaft, was ist eine esoterische Mysterienschule, wie es die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft ist, wem dient dieses Gemeine, Gemeinsame? Es gibt einen Vortragszusammenhang, in dem Rudolf Steiner über drei Gesellschaftsformen spricht. Eine Gesellschaftsform der Vergangenheit, eine Gesellschaftsform der Gegenwart, eine Gesellschaftsform der Zukunft. Ihr findet das in dem Zyklus von 1919. Soziale Zukunft heißt dieser Zyklus. Und da ist die Gesellschaftsform der Vergangenheit selbstverständlich pyramidal. Hier ist das Volk und da ist der Priester, der Chef, der Kaiser, der Aristokrat. Und er nennt es die Machtgesellschaft. Einer macht und hat die Macht. Und die anderen bewundern den einen, so wie heute die Jugendlichen, die Influencer und finden sich in diesem Menschen, der jetzt mit 2,6 Millionen Follower eine Riesenmacht hat über die Bewusstseine. So lebt sich heute die Machtgesellschaft und auch noch die Sehnsucht nach Macht selbstverständlich da. Aber richtig modern wird es erst, wenn jeder einzelne Mensch merkt, ich muss mich selbst beherrschen lernen. Ich muss eigenständig werden, möglichst unabhängig von den Mächtigen innerlich. Äußerlich geht es nicht immer, aber innerlich schon. Und je mehr Menschen das machen, umso mehr kommt man dann in die Gesellschaftsform der Gegenwart und die nennt Steiner die Demokratische und mit einem anderen Wort die Tauschgesellschaft. Da tauscht man sich die Meinungen aus und die Erfahrungen aus und ja, man ist im Gespräch, im Dialog. Jeder darf an irgendeiner Stelle mitreden, sich austauschen. Das ist die Gesellschaftsform, die wir unserer Gegenwart wünschen, wo die Würde des Einzelnen juristisch unantastbar wird. Was so wieder gefährdet ist heute und auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg ideal wurde. Die Menschen vergessen oft, dass die französische Revolution mit ihren Idealen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ja nur für Männer galt, nicht für Frauen. Als die Frauen auch ein Nationalkomitee gründen wollten und für sich auch Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit programmieren, landeten diese Aktivistinnen unter der Guillotine so wie heute die Frauen, die für Freiheit, Liebe und Leben im Iran auf die Straße gehen. Das ist noch ganz modern. Es sind längst nicht alle Menschen, also die Hälfte zumindest nicht, überhaupt in der Lage, dass sie sich demokratisch äußern und wirklich mitreden dürfen. in der Schweiz, wo ich jetzt lebe, wurde erst in den 70er Jahren das Gesetz geändert, dass eine Frau nur arbeiten darf, wenn es der Mann erlaubt. Und im Kanton Appenzell wurde das allgemeine Wahlrecht erst 1998 für die Frauen eingeführt. Da war ich schon Sektionsleiterin in Dornach. Also das ist wirklich Zeitgeschichte für mich. Ich will damit nur andeuten, das Demokratische, sagt Steiner ein bisschen euphemistisch, das ist unsere Gegenwart, das ist die erhoffte Gegenwart, an der wir als gute Demokraten alle mitarbeiten dürfen. Ja, und jetzt gibt es natürlich die Gesellschaft der Zukunft und das ist die umgekehrte Pyramide, wo der Einzelne dem Menschheits Ganzen der Gemeinschaft dient. Eine Dienstleistungsgesellschaft und man merkt, die Machtgesellschaft war noch beherrscht vom Geistes- und Kulturleben, in der Regel religiös geprägt. Die demokratische Gesellschaft ist säkular, da ist man frei in der Wahl der Religion, da ist man im Austausch und versucht den Mehrheiten gerecht zu werden und die Minderheiten in der Opposition überleben zu lassen. Da sind auch Quere gestattet, wenn man es ernst nimmt, solange sie nicht gemeingefährlich sind. Dieser Gesellschaft, also da geht es um das Einander gerecht werden, das ist sehr irdisch, das ist nicht spirituell konnotiert, sondern sehr irdisch konnotiert. Man wird einander gerecht, das ist Demokratie. Und hier geht es eben um das Wirtschaftsleben, um die Brüderlichkeit. Wir sind alle mit unserem Geld, mit unserer Arbeit Teil eines Wirtschaftssystems, was absolut unmenschlich ist, dem Geist nach. Die Armen werden ärmer, die reicher werden reicher, das Gegenteil wird behauptet, die Menschen werden natürlich ruhig gestellt mit Brot und Spielen wie im alten Rom, aber es ist kein brüderliches Wirtschaftsleben, wo man wirklich die Benachteiligten begünstigt, damit sie eine menschenwürdige Entwicklung durchmachen können, wo wirklich die finanziellen Überschüsse in die Bildung kommen. Ich höre das natürlich jetzt schon seit Jahrzehnten immer dieselbe Leier, wie wir den Hunger besiegen mit noch mehr Agrochemie, wir müssen unbedingt die Bildung, da muss so viel investiert werden, das hört man regelmäßig, aber es passiert nicht. Es wird immer, nicht immer, ich übertreibe jetzt, ich will nur deutlich machen, es wird sehr oft das Gegenteil von dem getan, was gesagt wird. Und das ist eben durch Macht und Geld möglich. und da etwas zu ändern, das ist schwer. Es sind ja auch prominente Menschen wie Alfred Herrhausen, der erste Chef der Deutschen Bank, ermordet worden, weil er gewagt hat, Menschlichkeit in dieses Bankensystem auf höchster Ebene zu bringen. Er hat sich nämlich dafür eingesetzt, dass die Mexikaner ihre Schulden erlassen bekommen, so wie die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Er hat gesagt, wir wären in Deutschland nie wieder auf die Beine gekommen, wenn man uns nicht die Schulden an einem bestimmten Zeitpunkt erlassen hätte. Die Restschulden, wir haben natürlich viel Wiedergutmachen gezahlt, aber es war ja uferlos, was wir an Schaden angerichtet haben. Da wären wir heute noch dran. Und dasselbe wünscht er sich für die Mexikaner. Und wir wissen, wie es mit Mexiko dann seitdem weitergegangen ist. Wurde nicht gewollt. Er wurde mit einer Autobombe aus dem Weg geräumt. Also es ist auch gar nicht so, wir kennen es auch von Kennedy, es ist nicht, ich will nicht sagen, dass jeder, der was Gutes will, in seinem Leben gefährdet ist, aber es sind einfach starke Kräfte am Werk, bestimmte Ziele durchzusetzen und deswegen geht es in erster Linie drum, erstens mal kann man so ein System nicht von heute auf morgen ändern, manchmal helfen Kriege, dass danach viele Menschen gute, menschliche, humane Ideen haben, das hat man am Zweiten Weltkrieg erlebt, da kam so viel Gutes hinterher auch zustande, aber es braucht vor allem die Einsicht, dass eine Gemeingesellschaft für die Zukunft nötig ist, wo der Einzelne seinen Beitrag zum Ganzen leistet und selbst verantwortlich ist, mitverantwortet, wie viel stelle ich zur Verfügung, wie richte ich meine Arbeit ein, dass sie dem Gemeinwohl am besten dient, bis dahin wage ich es, mein eigenes Unternehmen aus einem ganz anderen Geist, zum Beispiel dem Geist der Dreigliederung des sozialen Organismus zu führen, jedenfalls die drei Ideale der französischen Revolution stellt Rudolf Steiner auf die Zeitachse der Geschichte und sagt, wenn man sich in der Gegenwart verorten will, gesellschaftlich, dann braucht es einen realistischen Blick in die Vergangenheit, wo wir herkommen, eine Kultur der Menschenwürde in der Gegenwart und harte Arbeit, dass es immer brüderlicher zugeht unter den Menschen, unter den Völkern, unter den Religionen, da sind wir noch ganz, ganz weiter von weg. Das ist wirklich, da können wir nur, wie er sagt, Samen legen für eine apokalyptische Zukunft, die nur positiv kommen wird, wenn viele Menschen sich entscheiden, welchen Geist will ich dienen, dem Geist der Brüderlichkeit oder dem Geist der Macht und Gewinnmaximierung, das ist ein anderer Geist, der Geist des Christentums ist ein anderer Geist als der Geist der Macht und der Gewinnmaximierung. Das heißt, der Mensch wird frei, sich zu entscheiden, welchem Geiste will ich dienen und dafür hat Rudolf Steiner die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft gegründet, wo das Christentum zur Inspirationsquelle wird, eine christliche Landwirtschaft, eine christliche Medizin, eine christliche Pädagogik, aber eben nicht im religiösen Sinn. In Bangkok gibt es eine wunderbare Waldorfschule, die wird von Buddhisten selbstverständlich geleitet und ist ganz buddhistisch und trotzdem ist die Kultur reine Menschlichkeit, die da gepflegt wird. Deswegen hat Rudolf Steiner immer wieder ja betont, das Christentum ist einerseits und hat natürlich auch angefangen als eine Religion, aber es geht weit darüber hinaus. Das Christentum ist eine Haltung, ein Lebensstil, eine Dienstleistung am Menschheits Ganzen, so wie er das hier beschrieben hat. Und das Letzte, was ich gerne noch zum Abschluss sagen möchte, wenn man sich jetzt fragt, wie kann ich denn individuelle spirituelle Wegsuche und soziale Gemeinschaftsbildung, wie kann ich das sozusagen wirklich verstehen, gibt es da für mich ein Erkenntnisinstrument dafür, wie das zusammenhängt und wie ich mich da selber einordnen kann. Und da möchte ich in aller Kürze an das anthroposophische Menschenbild erinnern, dass unsere Konstitution eben aus vier wunderbaren Gesetzeszusammenhängen besteht, die materielle physische Körperlichkeit und ihre Gesetze, dann die Lebenszeit, das Leben selber und seine Gesetze, die Rhythmen, dieser wunderbare Zusammenhang, dass im Leben alles mit allem zusammenhängt, da gibt es eben keine Fakten, die ich unter das Mikroskop legen kann, es gibt es nur im Physischen, da wo ich Leben töte, kann ich einen Fakt realisieren, Leben ist immer komplexer Zusammenhang, entdeckt auch die heutige neue Biologie in wunderbarer Weise, entwickelt neue Forschungsmethoden für Zusammenhänge, ganz andere Gesetzlichkeit, die eben mit dem Leben zusammenhängt und dann die Seele, wieder ganz andere Gesetze oder wie die anthroposophische Menschenkunde es nennt, die astralische Organisation, die eben an die Sternenwelt, Aster heißt ja Stern, erinnert an den Makrokosmos, aus dem wir vorgeburtlich kommen, bevor wir zum Mikrokosmos werden und dass wir jede Nacht mit unserer Seele, wenn wir einschlafen, das denkende Bewusstsein verlieren, in diese Sternenwelt gehen, praktisch und dann erfrischt am Morgen aus dieser Welt wieder zurückkommen, sind ganz andere Gesetze, eben die makrokosmischen, mikrokosmischen Weisheitsgesetze unserer Seele und dann die Ich-Organisation, die bewirkt, dass wir Menschen von Natur aus unvollkommen bleiben und entwicklungsbedürftig. Die Ich-Organisation bewirkt, dass wir nicht, wie die Pflanzen, perfekte Lebewesen sind, mit perfektem Lebensstil, alles richtig machen. Die Ich-Organisation bewirkt, dass wir nicht perfekte Tiere sind. Ja, welche Kuh könnte kuhiger werden? Welcher Hund hätte Identitätsfragen? Gibt es nicht. Wir haben eine fraglose Identität und leben vollkommen, wie Hunde, Katzen, Pferde, Hühner, Schweine, Vögelchen, Insekten. Perfekt. Die Ich-Organisation hält das zurück. Wir sind nicht mit unserer Seele im individuellen und sozialen Verhalten festgelegt, wie ein Tier. Und diese Ich-Kraft selbst erkennt sich in dieser Zurückhaltung und lernt auch zu verstehen, warum. Und das nannte Aristoteles eben schon das fünfte Prinzip Pemptusia Quinta Essentia nennt es Paracelsus rein spirituell. Unsere Konstitution ist mit Wärme, Luft, Wasser, fester Materie wunderbar ausgestattet. Aber wir sind eben auch, wir erleben das, obwohl wir es nicht richtig verstehen, rein spirituelle, rein seelische Wesen. Und wir merken, wir sind entwicklungsbedürftig. Schon Platon hat entdeckt, kann man in seinem Timajos nachlesen, der Mensch ist ein defizitäres Wesen. In dem Moment, wo ein Mensch anfängt zu denken, merkt er, ich bin anders als andere, ich habe die Defizite, der hat die Defizite, wir sind unvollkommen. Und jetzt ist eben die Frage, wie sieht die Menschenkunde unserer Unvollkommenheit aus? Warum können wir uns physisch nicht vollkommen verwirklichen und nur einmal leben? Und dann haben wir es gemacht. Warum müssen wir immer wieder kommen, um uns ein Stückchen weiter zu entwickeln? Mal in dieser Hautfarbe, mal in jenem Körper, mal als Mann, mal als Frau, mal dazwischen, so wie heute. Hochinteressant. Ganz individuelle Erfahrungsmöglichkeiten in jedem Leben anders. Und dadurch entwickeln wir uns immer mehr zu selbstbestimmten Menschen. Wie ist das möglich? weil diese Entwicklungskompetenz, die Pflanzen und Tiere uns vollendet zeigen, beim Menschen physisch sich nicht realisiert und deswegen aus dem physischen Körper heraus geht. Alle Wachstumskraft, alle Lebenstätigkeit, die sich bei mir physisch nicht verwirklicht, wird eine außerkörperliche Erfahrung und die nenne ich Denken. Denken ist rein geistiges Leben ohne Leib. Mein ganzes Leben steuere ich mit meinen Gedanken. Ich steuere es aus dem Geist. Und es hängt von meinen Gedanken über mich und die Welt und Gott und Dämonen ab, wie ich mein Leben steuere. Machen wir alle bewusst oder unbewusst. Alle seelische Zurückhaltung, dass wir eben keine Tiere sind, so wie sich die Darwinisten das wünschen, denn dann würden wir ja alles wunderbar menschlich hinkriegen, tun wir nicht. Diese zurückgehaltene Kraft wird unser außerkörperliches, empathisches fühlen. Wir haben die Befähigung, vor allem wenn wir es kultivieren, zu echtem Mitgefühl, dass wir beim Anderen sind mit unserem Fühlen und nicht in uns und immer projizieren, der wird so ähnlich fühlen wie ich, nein, tut er nicht, er fühlt ganz anders. Und dann die zurückgehaltene Ich-Kraft, die ist reiner, freier, außerkörperlicher Wille. Das, was wir aus den Nahtodeserlebnissen kennen, dass Menschen im Schock den Leib von unten sehen und sich hier plötzlich ganz hell und leicht erleben, in ihrem Denken, fühlen und wollen, dass sie da durch Mauern gehen können und nicht mehr materiell sind, rein spirituell sind, aber bewusst erwacht, im Geist sozusagen, noch mehr als im normalen Denken, Fühlen, Wollen, Bewusstsein, was wir da kennen, das beschreibt Rudolf Steiner eben so genial als normale außerkörperliche Erfahrung, wenn man sein Denken beobachtet und ein bisschen kultiviert, sein Fühlen, sein Wollen. Normalerweise sind wir ja immer inhaltsorientiert, wir denken über die Inhalte nach, aber nicht über das Denken selbst. Wir fühlen so oder so unsere Beziehung zur Welt und zu uns, aber wir denken nicht darüber nach, was ist eigentlich diese Kraft des Fühlens als solche? Was macht die im Körper, was macht die geistig? Wenn es näher interessiert, ich habe ein Buch geschrieben, Kita, Kindergarten und Schule als Orte gesunder Entwicklung und da beschreibe ich das ganz genau, wie sich dieses Außerkörperliche im Laufe der Kindheits- und Entwicklungsjahre herausbildet, bis wir dann als Erwachsene so leben. Das heißt, wir können, wenn wir mit so einer Menschenkunde in der Selbsterkenntnis umgehen, uns klar machen, Gedanken sind unsichtbare Lebenskräfte und je nachdem, ob wir mit einem Verstorbenen, mit einem Engelwesen, mit unserem Gottesbild in gedankliche Resonanz gehen oder wie es das Christentum so nahelegt, wenn Jesus Christus sich identifiziert, ich bin die Wahrheit, ich bin unter euch, wenn ihr euch liebt, die Wahrheit wird euch freimachen, wenn man allein diese drei Ideale denkt, liebt und ein bisschen realisiert, ist man bereits bewusst geistig unterwegs und entwickelt sich und seine Mitwelt anders und sich mit Menschen zu vereinigen, die dieses gemeinsame Ziel haben, das Gute zu wollen für die Zukunft der Menschheit und mit allen anderen Strömungen zusammenzuarbeiten, die auch von einem so humanen Geist beseelt sind, da einen Beitrag zu leisten. Das war dieser Impuls der Weihnachtstagung, dafür sozusagen die sozialen Voraussetzungen zu schaffen, mit einer gemeinsamen Meditation, mit Statuten, die wunderbar beschreiben, in der Gesellschaft darf man machen, was man will, aber die Hochschule hat ihre eigenen Gesetze und die sorgt dafür, dass aus einem Konglomerat, einem Chaos zusammenhangloser Gruppen ein gemeinsam erlebter und irgendwie gestaltbarer Inhalt wird. Aber das Entscheidende war für Rudolf Steiner die Einrichtung der Sektionen, von denen er sagte, die haben eine vertikale Struktur, die Hochschule hat Abteilungen, also nicht nur Klassen, wo man sich esoterisch vertieft, erste, zweite, dritte, die erste haben wir, die anderen, da können wir daran arbeiten, sondern Sektionen für Medizin, für Landwirtschaft, wir haben im Moment elf Sektionen, im kommenden Jahr kommt eine zwölfte für Heilpädagogik und Sozialtherapie dazu. Was bedeuten diese Sektionen? Da sagt Steiner, die greifen von oben, das heißt von der Verankerung im spirituellen Ideal bis nach unten ins Leben durch. Das heißt, die versuchen, diese neue Mysterienkultur, keimhaft, klein, mit Fehler und Irrtum, mit viel gutem Willen, auf den verschiedenen Lebensgebieten zu tun und das wurde jetzt hundert Jahre lang geübt, weltweit kleine Samen ausgestreut, es gibt auf allen Kontinenten kleine, bescheidene, von individuellen Menschen gegründete, nicht von außen irgendwie organisierte, wunderbare Aktivitäten, aber man wünscht sich für das neue Jahrhundert, ich wünsche mir für das neue Jahrhundert und viele andere auch, eine Gesellschaft, die stärker sich bewusst macht, dass wir wirklich das Gute gemeinsam tun wollen und dass wenn wir uns selber stärker entwickeln und unser Kriegspotenzial in ein Verwandlungspotenzial umwandeln, in ein Selbstentwicklungspotenzial und nicht in ein ja in ein Potenzial, wo wir immer meinen, die anderen müssten das tun, was wir uns so vorstellen, dann können wir einfach viel mehr bewirken, denn ich bin mir ganz sicher, die Anthroposophie wird in Zukunft, gerade auch, wenn sie immer wieder attackiert wird und missverstanden wird, ist doch klar, wenn man etwas nicht versteht, wie die anthroposophische Spiritualität, muss man Angst davor haben, ich verstehe das gut, deswegen wundern mich auch diese Kritiken nicht, dass das jetzt immer wieder kommt und so weiter, aber Kritik, so Rudolf Steiner, das habe ich von ihm gelernt, die wird es immer geben, sie darf nur nicht stimmen, ja, und wir können dafür sorgen, dass diese Kritik im Grunde keinen Boden hat, denn solange wir uns Angriffsflächen bieten oder nicht klar kommunizieren, was wir machen oder unsere lieben Mitmenschen nicht ernst genug nehmen oder die sich nicht ernst genommen fühlen, ja, solange wir uns Angriffsflächen bieten, wird natürlich das Kritikpotenzial eher wachsen als schmäler werden, denn letztlich überzeugt die Menschlichkeit und das ist das Wesen Anthroposophie, Anthroposophie heißt ja Wissen, was Menschsein heißt, Sophia heißt Weisheit und Anthropos heißt Mensch und in dem Sinn wünschen sich viele für die nächsten 100 Jahre ein Wachstum an menschlicher Kompetenz individuell und im sozialen Miteinander und dass dieser gute christliche Geist unserer Gemeinschaft uns weiterhin treu zur Seite steht, wenn wir ihn suchen. Ich habe immer besser verstanden, gerade in der heutigen Zeit, warum Rudolf Steiner in seiner Zeit schon als häufigste Meditation seinen Schülerinnen und Schülern den Anfang des Johannesevangeliums gegeben hat. Denn der beschreibt genau unsere Gegenwart. Dreimal wird davon gesprochen, wie das Licht in die Finsternis scheint, bis hin in die Finsternis der eigenen Seele, heißt es im Griechischen. Das Licht kam in sein Eigentum, in das Ich, aber es wurde nicht aufgenommen. Es wird dreimal gesagt, menschheitlich, kulturell, individuell, dass das Licht vergeblich in die Finsternis scheint. Die Finsternis nimmt es nicht auf. Und dann dieser Umschwung, dieses Nicht Aufnehmen, was da dreimal kommt, das ist die Botschaft der Freiheit. Ja, es ist gut, dass die Finsternis es nicht aufnimmt. Endlich fühlen sich auch die Menschen ganz frei vom Licht und von Gott. Sie sind wirklich frei, sie nehmen es nicht auf. Und jetzt können sie sich ganz frei entscheiden, Gottes Kinder zu werden. Die es aber aufnehmen, denen gab das Licht die Macht, sich als Gottes Kinder zu offenbaren. Und das sind die, die sich nicht auf das Blut berufen, auf den Willen des Fleisches, auf menschlichen Willen. Nein, sie sind aus Wasser und Geist wiedergeboren, sie sind aus Gott geboren. Im dritten Kapitel Johannes Evangelium heißt es ja zu Nikodemus nachts, der fragt, wie kann ich das ewige Leben erben? Da sagt Jesus, du musst wiedergeboren werden. Ich sage Nikodemus, ich kann doch nicht zurück in den Mutter leiden, er sagt, er muss du auch nicht aus Wasser und Geist denken und leben. Das heißt, es geht um diese Wiedergeburt, um diese zweite Geburt, damit wir dem zweiten Tod, von dem die Apokalypse spricht, vorbeugen. Die zweite Geburt lässt uns erwachen in unserem außerkörperlichen Denken fühlen und Wollen. Da beginnen wir unser ewiges Leben individuell bewusst, nehmen wir das Licht auf und lassen es in unsere eigene Finsternis aktiv werden und und dann haben wir wenn wir sterben eben nicht den Bewusstseins Verlust den sich viele Menschen natürlich wünschen dass sie dann da einschlafen aber es ist schon auch schön wenn man da wach bleiben kann weil man sich schon im Leben geistig kennengelernt hat das Leben ist eine Embryonalentwicklung eine seelisch geistige für ein bewusstes Sterben und da sehe ich eben diese schöne Verbindung auch zwischen dem individuellen und diesem Erwachen für die Bedürfnisse der Gemeinschaft im Lichte dieser christlichen Prophetie ihr dürft alle lernen euch zu entscheiden wollt ihr im Finstern bleiben oder das Licht frei gewählt wirksam werden lassen durch euch oder wollt ihr das nicht und insofern können diese Bemerkungen vielleicht auch zu beitragen dass wir zu diesem Weihnachtsfest dieses wunderbare im Urbeginn war das Wort noch ein bisschen mehr in die heutige Zeit rein stellen ich hatte so das Gefühl das ist eine ganz moderne hoch aktuelle Menschheits Meditation ja vielen Dank fürs Zuhören und und ist das 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 ist das